Ja, es ist ja jetzt eine Menge und es gäbe auch viel dazu zu sagen. Also bei den Fans hat es ja nicht bei allen unbedingt Begeisterung ausgelöst. Da gibt es ja ein Sich-Gewöhnen an bestimmte Stimmen, da wird identifiziert mit der Figur und wenn das plötzlich gestört wird, das geht mir auch so, dann stimmt da irgendwas nicht und die Fans sind anfangs mit mir nicht alle. Viele waren der Meinung, das wäre also eigentlich dem Picard adäquater, aber es gab auch eine ganze Reihe von Fans, die sagen, um Gottes Willen, also Rolf Schult, den ich sehr schätze und auch mag, der wäre also ihnen lieber gewesen und ich habe dafür Verständnis. Das erst mal prinzipiell und es gibt aber auch Sachen, für die ich kein Verständnis habe. Ich komme auch gleich auf unsere Begegnung im Zoopalast. Ich habe kein Verständnis dafür, dass im Vorfeld, ein Wort, das ich ungern benutze, ein neodeutsches, das gerne gebraucht wird, das im Vorfeld gesagt wurde, hoffentlich, bevor der Trailer kam, macht es Kaspar Eichel oder macht es der Sohn von Rolf Schult. Und dazu kann ich nur sagen, bei dem Sohn von Rolf Schult ist ja eine unglaubliche Ähnlichkeit der Stimme. Schauspielerisch kann ich nichts dazu sagen, weiß ich nichts dazu, kenne ich und weiß ich zu wenig von ihm. Und der Zweite, der da also zur Sprache stand, das ist Kaspar Eichel, ein Kollege, den ich seit 60 Jahren kenne, den ich sehr schätze, der eine tolle Arbeit gemacht hat, muss ich sagen. Anders als ich, aber eben nicht schlechter. Und plötzlich, nachdem ich ihn nun gesprochen habe, hoffentlich macht das nur immer Ernst Meingren, Patrick Stewart, den weiß ich selbst nicht, ob ich das nach Pika noch weitermache. Ich bin ja auch nicht mehr so jung. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Man macht es anders, aber nicht schlechter. Und ja, man sollte da auch ein bisschen toleranter mit umgehen. Und jetzt komme ich auf die Begegnung. Ich hatte schon einmal die Möglichkeit gehabt, ihn zu treffen. Da wurde ich zu einer Convention. Ich sage bewusst keinen Namen eingeladen. Und da hatte man sich so etwas einfallen lassen. Wir sollten beide, der eine von rechts, der andere von links, zuerst mal mit der Nase aus dem Vorhang rausschauen und dann kommen. Das fand ich nicht so gut. Also ein wahnsinniger Schauspieler, mit dem ich mich überhaupt nicht vergleichen möchte. Geht gar nicht. Shakespeare Theater, London. Ich ziehe ganz tief den Hut vor Sir Patrick Stewart. Und das mochte ich damals nicht. Aber jetzt dieser Anlass, Zoo Palast, der hatte, Wie lange lebst du noch? Den kannst du jetzt mal treffen, diesen tollen Mann. Habe ihn getroffen. Wunderbar. Und ich muss sagen, wir haben uns auf Anhieb verstanden. Seinen Sohn, nicht den Sohn von ihm, den Sohn von Roddenberry habe ich schon mal kennengelernt. Aber eben leider Patrick selbst noch nicht. Wir haben uns wunderbar verstanden. Er wollte wissen, wo ich ihn überall gesprochen habe. Konnte ja ein paar Filme aufzählen. Christmas Carol und Safe House und Dead Savage. Und es gibt ja viele Sachen. Oder sagen wir, einige Sachen. Und als ich sagte, The Lion in Winter, was großes Theater ist, da war ich also hoch erstaunt, dass ich ihn da aufgesprochen habe. Und für mich war es immer noch eine wahnsinnige Arbeit und ist es bis heute. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, weil ich glaube, das ist mir halbwegs gut gelungen. Und so haben wir uns kennengelernt, haben mit einem, ich mit meinem Englisch, oh Gott, mein DDR-Schulenglisch, wo ich keine Möglichkeit hatte, es zu üben oder zu trainieren oder vielleicht auch nicht wollte oder so unbedingt. Und es ging aber, es ging wirklich und ich bin dankbar, diesen Moment noch erlebt zu haben, diesem Mann, den ich so verehre, gegenüberstehen zu dürfen und sogar mit ihm reden zu können. Und ich habe festgestellt, das ist auch nicht jünger geworden. Auch die Stimme ist nicht mehr die von früher. Das ist auch so ein bisschen brüchig geworden, aber wahnsinnig interessant immer noch. Und ein Mann mit Ansichten, liebe Leute, hat der Ansichten. Ach, ich könnte ihn dafür umarmen. Er hat gesagt zum Beispiel, er schämt sich dafür, ein Engländer zu sein wegen des Brexit. Ich könnte ihn also wirklich drücken dafür. Ein ganz toller Mann, der gezeigt hat, der hat nicht nur den PK gespielt, er denkt auch im privaten Leben ein wenig so, tolerant und ja, großartiger Mensch.